Hallo, ich bin Petra Vassiluk, zweifache Olympiateilnehmerin im Langstreckenlauf und ich habe sehr schöne Nachrichten für euch. Die Laufaktion Mainova bewegte Region war im letzten Jahr so erfolgreich, dass sie in diesem Jahr wieder von Mainova veranstaltet wird. Ihr seid mehr als einmal um die Welt gelaufen, über 51.000 Kilometer, eine sensationelle Leistung. Wir gehen in diesem Jahr in die zweite Runde. Ihr könnt wieder Kilometer für eure Kommune sammeln. Darüber hinaus können diesmal auch Schulen und Kitas an der Aktion dran teilnehmen. Natürlich prämieren wir wieder die Besten in der jeweiligen Kategorie und verlosen unter allen Teilnehmern attraktive Preise. Sag deiner Familie, deinen Freunden Bescheid. Jeder kann an der Aktion dran teilnehmen. Weitere Informationen findest du auf der Webseite mainnovabewegte Region.de Worauf wartest du noch? Schnür deine Laufschuhe und mach mit! Bis zum nächsten Mal!